Hallo, ich bin Professor Albrecht, bin Leiter der Abteilung für interdisziplinäre Notfallmedizin an den Harz-Kliniken in Goslar und damit auch der Rettungsstelle. Wir versorgen Patienten mit jeglichen notfallmäßigen Krankheitsbildern, das heißt vom Herzinfarkt über den umgeknickten Fuß bis hin zum schwerstmehrfach verletzten Patienten und haben dort ein interdisziplinäres Team. Das heißt, egal in welchem Bereich Ihr Problem gelagert ist, werden wir uns um Sie kümmern und ehrlicherweise hoffe ich, dass ich Sie bei uns nicht sehe.